Bock auf einen Becher Eis ohne Gewissensbisse, weil du abnehmen möchtest? Dann ist dieses Video für dich. Ein Becher Ben & Jerrys, 1100 Kalorien, aber dieser Becher kalorienreduziertes Eis hat nur 259 Kalorien. Der wesentliche Unterschied bei den beiden, den hier merkst du von den Kalorien-Accounten, aber bei diesem Becher hast du am nächsten Tag nur wieder Gewissensbisse, wenn du den weggehauen hast. Abnehmen geht viel leichter mit den richtigen Alternativen, also mach es lieber smart und nicht hart und abonniere diesen Kanal für die besten Abnehmtipps.